So, wichtig jetzt zu mir, Herr Schaum, ich erkläre es ganz kurz, wie es funktioniert, wir spielen jetzt gleich Lautmusik ein und sobald die Musik komplett aus ist, wird hier loslaufen, nämlich auf die andere Seite rüber, auf das andere Spielfeld, auf die andere Spielfeldhälfte, dort sind mehrere Puppen, Schiff müssen vergraben, vermutlich, wer eine Mütze findet, der bekommt dann rechts außen beim Team dafür einen Beachvolleyball. Also, wenn die Musik erst komplett aus ist, dann loslaufen, nicht früher. Verstanden? Okay, dann nehmen wir los. Alle brauchen für mich. Komm mal los, ich muss ihn hier. Jetzt geht's los! Hey! Komm mal los! Also, dann regnen wir es, die Wohlebeine, wenn sie bitte. Was ist das? So, sieh 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 haben Na, fahig Fahig sieh, na Wer keine gefunden hat, der kriegt natürlich einen Großpreis, nämlich von Sport zu bringen.